Ich habe schon wieder vergessen, was die Steine so nicht können. Und deswegen nehmen wir einfach mal ihm alle auf alle und stellen sie die Steine. Feuer und Blitz schlagen. Also Feuer und Blitz glaube ich eher nicht, dann Wasser würde ich sagen. Wasser war es jedenfalls auch nicht. Aber der Baum müsste gegen Feuer eigentlich immun sein. Anfällig dachte ich, aber ist er wohl nicht. Was war das gerade? Okay, das macht nicht so wahnsinnig. Aber wir haben ja auch Wasserschaden, glaube ich. Feuer. Kein Wunder, dass das hier nichts wird. Verteidigen würde ich sagen. Ich nehme erst mal jetzt, glaube ich. So, jetzt können wir aber Feuer hier auf den Baum machen. Zack, 136 Schaden. Oh, ich werde uns mal noch ein bisschen hochheilen hier. Gibt zwar nicht so viele Punkte, aber... nur ein bisschenís. Komm dann, da kann ich keinen Angriff machen. Ich sch hoffe, Yoga kommt Wasser mit Feuer, würde ich sagen. Naja, verheerend Hey, und wieder gibt es ein paar Stufenaufstiege Ist das schön, dass es geht Angenehm flott, muss ich sagen Ähm, Finn Also ich wollte ja eigentlich hier zum Blitzschlag alle wendern Aber ich frage mich nicht, ob wir vielleicht erstmal Jetzt hier die anderen Zauberer ausbauen sollen Aber ich bin ja schon fast da, so Und was machen wir denn mit Äh, Nora heißt sie, genau Ich hab's schon wieder vergessen, wir sind hier angekommen Wir sind hier angekommen, versteinern Ähm, was haben wir hier? Unaufhaltsam Zwei, das ist unaufhaltsam Alle, einlullern alle Ich würde sagen, wir gehen mal Ne, wir können auch noch hier lang gehen Schleunigen alle So Ist eher so, so Buffqueen, würde ich sagen Ähm, ne, nicht zurück zu Windows Zurück zum Spiel natürlich So, das Schwein war es auf jeden Fall nicht Ich werde mal uns gerade hier mit Nikolos heilen Ding So Energie alle Ähm, hier hängt noch gestutzter Wagen Cool, den kann man noch rumschieben So, dann laufe ich mal hier rüber Hier oben ist auf jeden Fall Sackgasse Wie komm ich denn Hier rein Muss ich da nochmal gucken gehen War ich Ich war da nämlich noch nicht drin Also ich war noch nicht Nicht der Hier war ich noch nicht drin Tür? Geht nicht auf Da oben ist aber ein Hebel Aber da komm ich nicht rein Vielleicht von der anderen Seite Muss ich doch nochmal Äh 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 Ach, es gibt nur einen Eingang hier Okay Eih Schnell So Blüblüblüblü Das hier ist auch zu Ach, da geht es nicht lang Hm Also mal wieder Äh Das Ding hier müssen wir glaube ich Eben um das da reinzuschieben Dann können wir da auch Na Schieben Sag ich so Dann können wir glaube ich hier auch Die Höhle ist nicht schieben Ich weiß nicht warum So Jetzt kommen wir hier in die Höhle Äh Höhle hätte ich fast gesagt Rein in den Tracken hier rein So Dann schauen wir mal Dass wir nach oben kommen Zack 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 Vorsichtig Vorsichtig Ja Holla Jetzt ist da die Tür hoffen Aber da wollte ich noch gar nicht hin Ah Wollte ja hier unten hin Ah Zu der Truhe eigentlich Das war der Plan Wieder Das machen Jetzt können wir Nach oben So und jetzt ist auch hier der Gang frei Wie schön So also das Schwein ist immer noch nicht unser Schwein Ähm Hier auf der rechten Seite ist nichts mehr Dann gehen wir mal hier rüber Huch Der Spiegel Ich fürchte er ist dort Dieser luftige Tempel ist der Ort So hoch hinaus können wir nicht schweben Irgendeinen Weg wird es dorthin schon geben Vielleicht fragen wir die Leute die hier leben Das werden wir wohl machen Aber aha Wir gucken erstmal was hier zwischen diesen Wie ein Schwein Ach Wer bist du denn Boink Das kann nicht unser Achilles sein Die leuchtende Tinte fehlt auf diesem Schwein Naja So hier unten Öh Stein Klick Bink Hält uns erstmal Gerade Bisschen hoch Dann gehe ich gucken was oben ist Die Frage ist ob ich nicht Äh Okuli Aurora Haben wir noch ein Feuer Okuli Ja haben wir Aber wir können sogar einen dicken Feuer Okuli herstellen Warte Okuli herstellen Eins zwei drei Dann ähm Entfernen 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 Dann eins zwei drei Fassettierter Rubin Ähm Ausrüsten Zack So Ich weiß jetzt nicht ob das was Äh Irgend Aber Mal schauen Ha Auf jeden Fall haben wir wieder So Handeln Lauffeuer Zack Natürlich auf den Mal hier Mal langsam Auch auf den Jetzt müssen wir uns verteidigen Glaube ich Gut gemacht So Dann werden wir uns auch mit Aurora verteidigen Gegen ihn hier Hat gut funktioniert So Lauffeuer Und einmal hier Und dann hoffe ich dass wir ihn ausgeschaltet haben Jawohl Und er hier kriegt gleich noch eine mit So Aber jetzt Geht es nicht weiter Äh Wasser schon ausprobiert Hab Ich weiß nicht mehr Ich werde mal mit Aurora gleich wenn ich noch lebe Oder wenn das Viech noch lebt So Naja kritischer Treffer mit Wasser hilft einfach auch mal So fortsetzen Wie komme ich eigentlich hier runter War ich schon da unten? Das ist ein Schwein nämlich Was bist du eigentlich? Bandeinander Stein oder was? Ach ein Einsiedlerkrebs Ha Wie schön So Aurora Wir sind an allem möglichen Huch Was ihr gerade hört ist mein Wecker Warum der jetzt gerade um 8 Uhr mich wecken möchte weiß ich auch nicht Den habe ich wohl vergessen von gestern auszuschalten Ähm Heep Ich weiß es nicht Lichtstrahl Lichtstrahl alle Schaden erhöhen Sternenlicht Sternenlicht alle Heep macht 28 Schaden Ich gehe mal auf hier Auf Heep So Und was machen wir mit Rubella? Ja Überrumpelung alle Wunderschön So Wie komme ich denn hier Und kann ich Ist ja ein sehr älterkrebs Eigentlich Ist kein Monster Also Äh Ich fliege mal kurz hier runter Und stütze hier ab Ich wollte doch nämlich Äh Da unten ist glaube ich das Achillesschwein Vermute ich einfach jetzt mal Ganz gewagte These Ähm So Ich glaube wir müssen hier rein Aber hier geht es nicht rein Weil es hier zu ist Hier geht es glaube ich rein Jetzt geht es hier nach oben Okay 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 Ich habe es noch einmal so drehen Nee das war falsch Boing Boing Das ist wieder borstig Los schnapp es dir Und hier gibt es noch mal so Und hier gibt es einmal das Lauffeuer So So Jetzt schalten wir den hier Vorne aus Äh Äh Wahrscheinlich jetzt 300 Rüstung mittlerweile schon Das macht ordentlich Schaden Äh Äh So jetzt aber hier langsam mal den ausschalten Wasser war es nicht Ich hole doch mal Blitz hier einfach aus Da haben es ja So Zack Vielleicht ist doch Blitz das Mittel zum Sieg Ich hole doch mal 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 Ich hole doch mal